Ja moin und willkommen bei einer neuen Runde Heroes of the Storm, wenn ich es mal schnell suche und wie man oben rechts erkennen kann, aber auch gerade eben schon bin ich mit Stukov unterwegs. Sooo! Spannend! Spannend! Verbleibend! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Lass das Blutvergießen beginnen! Ja, ich glaube, aber das wird natürlich eklig sein. Den Batra haben wir auch. Halt euch mit der Stürzung des Schiedshaums südlicher Reich! Auf die Bauchhäuser! Nicht anwalt für die Heilung! Ah, da springt die Pumpe wieder auf Trab! Ja, ich glaube, die Pumpe sind einfachen. Wird nicht so spannend. Wird nicht so spannend! Ich muss noch zurückkehren. Oh, Helden, ihr kommt gerade rechtzeitig, um mit anzusehen, wie die Samen bei einer Vergeltung aufgehen. Aber wer von euch wird sie einsammeln? Bewegung! Ich kann euch täuschen, nicht mehr. Die erste Saat ist aufgegangen. Sammeln sie doch bitte für mich auf. Ich wollte es nur ungern sehen, wenn ihr nicht die ersten seid, die die Arnte auffahren. Oh, okay. Nun gut. Aber diesmal lasst uns den Moment auskosten. Ein Doppelkill? Beweggung! Es ist die blödliche Bewegung des Schicksals. Entscheidet euch endlich für ein Talent! Ausgezeichnet! Ich bin ein Doppelkill. Ich bin ein Doppelkill. Ich bin ein Doppelkill. Eine Saat wurde gepflatzt. Sie wird schnell aufgenommen als ihr denkt. Ah, da bringt die Pumpe wieder auf. Ich bin ein Doppelkill. 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 Es ist ein Doppelkill. Ja. Jaffau! 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 Wir danken euch ein. Eine stückwahrhabe Vorstellung. Ihr könnt uns mit der Fakten produzieren. Ihr solltet euch besser darauf vorbereiten, eine neue Sarg einzusammeln. Okay. Euer Blutrausch hat schon wieder ein jähes Ende gefunden. Das ist schlecht. Ist die Natur nicht wunderschön? Bitte sammelt diese Sarg für mich ein. Ich mache mich auf den Weg. Bewegung. Ist das schon alles? Oh. Können Sie die Schiebung noch kommen? Es ist ein Schiebung. Wohin ist die Schiebung. Ich bin derartig ausgelustet. Ich bin derartig ausgelustet. Ich bin derartig ausgelustet, nicht zu erheben. Ich bin derartig ausgelustet. Ich kann das nicht machen. Oh, das ist richtig. Das ist meine geliebte Saat. Wurde dir so lieb sein und sie einsam? Ah, wirklich prächtige Sagen! Macht euch auf den Weg, meine Ungeheuer! Unvermächten eure Feinde! Ein hausgezeichneter Schlag! Nein! Für eine Haube, mit deinem Stück der Familie! Ich denke, ich habe mir eine Lepfe bekommen. Voll zerstört! Wenn auch nur mit großer Mühe! Das wäre es mit ihrer Verteidigung! Ganz und gar unzulänglich! Nicht gegen machen! Meine Ungeheuer sind gefallen und die Sonne geht erneut auf! Also, putz, putz, putz auf den Kopf! Muss ich euch erst daran erinnern, ein Talent auszuwählen? Für einen Augenblick dachte ich, ich hätte Frieden gefunden! Der Herr war nicht. Ich habe die Haube, mit deinem Stück die Begriffe! Ich habe den Weg! Ich bin der Weg! Das war ein Frag, der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Meine Kunden danken euch, Heiler. Auch sieh mit Gebrüllen. Und macht euch um die Unkrautler keine Gedanken. Die spüren gar nichts. Jeder verzicht mehr. Ein Kampf hier wäre taktisch unklug. Der Weg, die Dunger. Vorzügliche Heimatungen! Sie jagen! Ich nehme an, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Ein glorreicher Tunnel! Vielen Dank, dass wir zuzügliche Heimatungen! Sie kommen genau zur richtigen Zeit. Ja, ja, ein kleiner Sieg. Dieser Bereich hat Schwergebiet. Ah, da wissen Sie. Sammeln die Saal auf, bevor es euer Feind tut. Seid mir, was du brauchst! Meine Wunnen danken euch, Heimatungen! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich war's für heute. Nichts so. Seid mir, ich hatte ein großer Geist. Was danach gehört? Die Auslastung der Barsch. Die Auslastung der Barsch. Alles barriere Kunt. In der Behavior ist es zu kümmern. Und dannandonne an 22 km. Die Auslastung der Barsch. Geh, geh, mach ich! Geh, geh, mach ich! Was ist das, was man für den Weg? Okay Mein Leben dafür gegeben So I I I I I I I I Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018